Hier präsentieren wir die 5 besten Gumming-Tastaturen. Lass uns anfangen! Liste zu starten Nummer 5 der SACUONSKILLER PRO PLUS SACUONSKILLER PRO PLUS ist eine ausgezeichnete Gumming-Tastatur zu reellem Preis. Dieses Modell hat eine helle Hintergrundbeleuchtung in 7 Farben. Diese LED-Beleuchtung ist von 10% bis 100% anpassbar. Man kann auch verschiedene Effekte von dieser Beleuchtung verwenden. Es gibt auch eine Multi-Kiro-Lover-Unterstützung in dieser Tastatur. Dank dieser Unterstützung kann man auch verschiedene Videospiele einfach und schnell verwalten. Mit Hilfe von spezieller Software gibt es die Möglichkeit, einen Makrozyklus anzupassen oder lange Verzögerung-Tastenanschläge durch Drücken einstellen. Nummer 4 der WICTSINK GUMMING-Tastatur mit 105 Tasten Mit der WICTSINK 105 Key Mechanischen GUMMING-Tastatur können Sie Ihre Einzigartigkeit unterstreichen. Dieses Modell der Tastatur hat ein ergonomisches Design und eine unikale Form. Auf dieser GUMMING-Tastatur gibt es eine helle Hintergrundbeleuchtung. Sie können auch diese Hintergrundbeleuchtung regulieren und verschiedene Effekte verwenden. Es gibt auch eine spezielle Handballenablage, die maximalen Komfort für Ihre Handgelenke bietet. Diese Handballenablage hat eine rutschfeste Beschichtung, deshalb können Sie sehr lange spielen und keinen Diskomfort während des Spiels fühlen. Auf dieser GUMMING-Tastatur gibt es keine zusätzlichen Tasten. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3 der Lioncast LK 20 Mechanische GUMMING-Tastatur Die wichtigen Auswahlkriterien des Geräts für jeden E-Sportler sind die Qualität und kompakte Größe. Die Oncast LK 20 Mechanische GUMMING-Tastatur hat alle diese Besonderheiten. Sie ist sehr kompakt, so dass man diese Tastatur in den Rucksack oder in kleine Tasche einfach legen kann. Sie können auch mit diesem Gerät im E-Sport teilnehmen. Es gibt 4 gummierte Füße und 3 gummierte Auflagen auf dieser Tastatur für die Standfestigkeit. Dank Cherry MX Brown Switches bekommen Sie mehr Komfort während des Spiels. Dieses Modell ist für bis zu 60 Millionen Tastenanschlägen entworfen. Nummer 2. Logitech G 910 Mechanische GUMMING-Tastatur Logitech Unternehmen ist vor allem wegen seiner Computer-Periphery-Geräte berühmt. Dieses Unternehmen hat auch ein spezielles Institut für Produktentwicklung. Die neueste Entwicklung dieses Unternehmens mechanische ROMA-G-Tasten, die keine Entsprechung in der Welt haben. Sie werden in der Logitech G 910 Orion Spektrum-Tastatur verwendet. Diese Tasten sind die Alternative zu Cherry MX und KLH MX-Switches. Exklusive ROMA-G-Switches haben mehr Reaktionsvermögen als herkömmliche mechanische Switches. Diese neuen G-Tasten sind programmierbar. Und die Nummer 1 unserer Liste. Ratser Black Vido Chroma Mechanische GUMMING-Tastatur Die Lebensdauer der Tastatur ist ein wichtiger Aspekt für jeden G-Immer. Ratser Black Vido Chroma ist die beste Lösung, mit der Sie einen Komfort während des Videospiels bekommen. Dieses Gerät ist sehr robust und haltbar. Es gibt nur 5 zusätzlichen Tasten für spezielle Makros. Sie befinden sich auf der linken Seite dieser GUMMING-Tastatur. Sie sind sehr bequem aufgestellt. Diese Tastatur hat noch einen Vorteil programmierbare Hintergrundbeleuchtung. Es gibt 16,8 Millionen Farboptionen. Das bedeutet, dass Sie verschiedene Varianten von der Beleuchtung wählen können. Man kann jede Taste mit verschiedener Farbe für verschiedene Videospiele beleuchten. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.